Wir haben ja verschiedene Kappgrößen, also da kann einem wirklich überhaupt nichts passieren. Und das, ich möchte jetzt echt fast niederknien, weil das so toll und sexy aussieht. Und das ist einfach wirklich ein Look. Da werden Sie unglaublich mit ankommen am Strand. Da wird man Sie ja auch. Ist da 42, 44, 42, eine 42. Und ich finde, sie sieht maximal aus wie eine 38. Finde ich auch. Also maximal, ganz ehrlich, weil das ist eben der Canvas, dieser Badeanzug. Der ist hier oben. Hier die schönen, ich meine die schönen Haare zurück, die schönen breiten Träger. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und von der Seite sehen Sie aus, als wären Sie auch wirklich nur die Hände ganz schlicht schwarz. Das ist sowieso immer ein toller Look, weil schwarz. Und hier wirklich auch, gut, dass Sie es nochmal erwähnt haben, wir bieten ja bis zur Konfektionsgröße 54 an. Und Sie wissen, wie schwierig es ist, ihr Leben lang lieben und tragen werden. Und die so viel mitmachen. Ob Sie da jetzt eine gute Figur machen möchten, wenn Sie einfach tagsüber toll aussiehen wollen und sich wohlfühlen wollen. Möglichkeiten, wo man sich nicht damit wohlfühlt. Es ist wirklich alles, alles mit eingeschlossen. Und wir schauen jetzt gerade mal bei der Katharina. Information für Sie, liebe Zuschauer, die Leitungen sind proppenvoll. Wir haben aber eine relativ kleine Wartezeit. Es lohnt sich auf einer Seite für 19,99. Die Farben fragen Sie am besten nach. Da haben wir so viele für Sie im Angebot. Einfach unsere Service-Kompetenzzentrum genau löchern, was es alles gibt für Sie. Und das Tolle ist ja, Sie entrichten bei Channel 21 nur einmal am Tag die Versandkostengebühren. Also Ihr Päckchen voll machen, damit es sich auch richtig lohnt. Ich hoffe, Sie haben auch das Angebot des Tages bestellt. Das ist nämlich der Oberknüller. Da kriegen Sie die schönste Haut, die Sie sich nur wünschen können. Jetzt gucken wir noch mal auf die Katharina. Das sieht so fantastisch aus. Und wir wollten uns auch noch mal die Seitenpartie anschauen. Das haben wir so oft im Rückenbereich. Ganz genau. Diese kleinen Röllchen, warum auch immer die da sind. Das ärgert mich auch immer schrecklich. Aber die können Sie natürlich auch kaschieren. Die können wir hier mit kaschieren. Das liegt natürlich daran, wir sehen das gleich, wenn ich das bei Dagmar... Jung, frisch und einfach doch cool aus, muss ich ehrlich sagen. Ganz genau, weil man nämlich toll variieren kann. Wenn ich mal ein bisschen mehr zeigen möchte vom Dekortet, von meiner Büste, mache ich noch ein bisschen weiter auf und weich und flexibel verarbeitet, dass auch der Reißverschluss hier nicht auf Ihre Haut drückt und strappt. Witzig ist, nicht nur mir, sondern sogar unseren Zuschauern ist aufgefallen, dass Katharina eine ganz besondere Legging trägt. Sie haben wahrscheinlich auch schon im Internet ein bisschen vorgestürmt, diese Legging tragen. Genau, das macht eine tolle Figur, weil wir... ...die zu haben für 19,99 Euro. Den Farbspiegel sehen Sie gerade kurz auch für Sie aufgestellt. Einfach in der Bestellernahme nachfragen. Und jetzt gucken wir noch mal, wie genau dieser BH angezogen wird. Ganz genau. Wir können ja entweder von unten reinsteigen, nach oben ziehen. Wenn der Reißverschluss zu ist, genau wie unser anderer BH, von unten nach oben. Aber der ist natürlich für die Damen, die vielleicht sagen, ach, das ist mir alles zu unbequem. Da schlüpfen Sie einfach. Sie bekommen ja immer zwei Stück. Entweder das Set in schwarz-weiß, 400 Stück zu Ihnen nach Hause senden dürfen. Wir blicken jetzt auch gleich noch mal auf die Models. Ganz schön finde ich jetzt bei der Dagmar mit dem hellgrün unter dem... Den BH, aber für das T-Shirt, dann nehme ich doch lieber den anderen BH, weil die anderen nicht drunter passen. Dieser BH ist perfekt für jede Kleidung, die Sie oben drüber tragen. Oder auch zum Sport natürlich. So, meine Lieben, ich höre gerade, die weit über die Hälfte unseres Angebots der Stunde-Kontingent ist jetzt weg, ist auf dem Weg. Vielleicht ein Stringtanger an oder ein BH, der nicht richtig sitzt, dann fühlt man sich unwohl. Oder beim Physiotherapeuten, da möchte ich mich nicht halbnackt zeigen, sondern da möchte ich auch ausgezogen, angezogen sein. Und wenn ich dann so einen BH trage, ob mit oder ohne Reißverschluss, die Panty dazu, dann bin ich doch perfekt trotzdem angezogen.